Hallo, heute raten wir mal die Marke des Feinds. Also los geht's. Die Kommentare sind in seinem ersten Video nicht angegangen, es wird kein Grüß weiter. Also los geht's. Nike. Key. Nike. Puma. Nike. Oder doch Puma. Ja Puma Puma Puma. Nike. Nike. Erstmal 10er. Verlieren. Das ist glaube ich... Uncor? Ne Hummel. Seht aber was am Rand oben. Jawoll. Wenn ich die Schulter habe, ist erkrankt. Adidas. Was ist die Adidas? Schleifen. Schreckiger Tag. Nike. Stimme. Schreckiger Tag. Der richtige Antwort ist... ...dass. Guess die nächste. Dass. Dass. Das ist fast. Dass. 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 Das ist schwer. Ich habe nur Balance. Nicht Kappa! Sie ist auf der Schulter. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie man kann alle. Die bleiben. Das ist Zumbro. Ah. Kastora, wie schon gehört. Naikin. Ja, die ist zum Kreise, das hier. Die Antwort ist B. Ich weiß nicht, was das soll. Ach, Adidas. Oh Mann. Oh, das ist schwer. Nur Balance. Jawohl. Puma. Aber es ist schwer. Nicht gut. Oh, Satan. Macron. Oh. Puma. Nike. Alter, dieser Kreis sieht scheiße aus, aber echt. Und die Antwort ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt dabei gedacht habe, dieses Jahr. Kastore? Keine Ahnung. Ah, okay. Ein kleines Schnee-Rieger. Entspanne. Okay. Das ist aber, das ist. Aber ich weiß nicht, was das Eiweiss. Ich weiß nicht, was nicht weiß, was ich bin? Sonsten. 20 Puma? Nee Das ist so schön Kassober Ah, Mann Hummel Das ist die Hummelfeine Kappa Nee, Nike, Nike wegen der Kreis Das ist die Das ist das Problem. Die Antwort ist C! Wir sehen uns. Kastorbe? 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 Kannst du die nächste Frage stellen? Kannst du die nächste Frage stellen? Danke. Danke. The answer is B. Puma. The answer is. Kastorbe? Kastorbe? Kastorbe. Kastorbe. wahrscheinlich fällt jedes Kastoro frisch aus Adinaz aber sieht gerade aus Joma die wechseln auch jedes Jahr das Ausrüstung die wechseln auch die wechseln auch die wechseln auch die wechseln auch jahw Adios ja mach mal mach mal ist auch schwerst zu erklimmen glaube ich und ist nur bei uns die korrekte alternative ist secret question nike ok das war es ich bedanke mich schon mal für das Husein bis das was manche ist bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal